Hören wir mal wieder ein bisschen, na? Wir lieben mal wieder ein bisschen, na? Alles Bärchen. Hahaha, Leo Frick, du bist natürlich auch nicht schlecht, ne? Du willst dir ein kürzestes Bärchen geben, na? Leo Frick, komm zum Frauchen, komm schön zu lang. Leo Frick, komm. Ciao. Ja, Leo Frick Läckchen, Leo Frick Good Birdie, fein. Feine Läckchen. Leo Frick, komm zum Frauchen. Leo Frick Läckchen, Leo Frick Good Birdie, na? Ja, fein. Gucke mal. Du bist in einem lausamen Herz, ne? Du bist in einem lausamen Herz, ne? Ja, ciao. Good Birdie, fein machst du das. Ciao. Lass uns was weg da vorne. Ja, gucke mal. Fein machst du das. Good Birdie, Leo Frick. Schau. Ja. Good Birdie, fein. Ah. Ja, Leo Frick auch so frauchen. Leo Frick Läckchen, Leo Frick Good Birdie, ne? Ja. Super machst du das. Fein, mein Schätzlein. Ja. Good Birdie, schau. Ja. Das tut super gemacht. Vielen Dank, mein Schätzlein. Zum neuen Kletterklarten müsst ihr doch noch mit, ne? Okay. Ihr seid echt clever. Ihr seid echt clever. Jetzt habt ihr die ganzen kurzen Wege hier, ne? Na gut, okay. Alfred, komm zum Frauchen. Schau. Alfred kommt zum Frauchen. Alfred Leckerchen, Alfred Leckerchen, Alfred Good Birdie, ne? Ja, schau. Na? Hunger ist doch größer als die Feigheit, ne? Der Hunger ist größer als die Feigheit, auch beim Alfred. Alfred kommt zum Frauchen. Alfred Leckerchen, Alfred Good Birdie. Schau, passiert doch gar nichts, ne? So, okay. Toll. Good Birdie, Alfred. Good Birdie. Guck dir gar nicht aus den alten Transporttaschen, Hasen. Ist das alles gar nicht so schlimm, ne? Ja. Fein. Guck mal. Super machst du das. Ganz toll, Alfred. Fein. Hast du toll gemacht, mein Alfred. Good Birdie. Ja. Good Birdie. Und wir mal spielen, Alfred. Alfred, geh spielen. Guck. Oder so. Guck. Okay. Eigentlich hätte ich jetzt ganz gerne den Houdini. Houdini. Nein, du bist doch der Finne. Du bist doch der Finne, mein Herz. Hab ich dich gerufen? Eigentlich nicht, ne? Gestern warst du noch der Finne, ne? Gestern warst du noch der Finne. Nein, Finne. Nein. Houdini, ab. Nein, Julia. Guck mal. Hier. Mhm. Genau, gibts im Film. Houdini. Houdini, komm zum Frauchen. Houdini. Leckerchen. Houdini. Good Birdie. Ja. Mhm. Ja, Frauchen beschützt dich, ne? Frauchen beschützt dich und die Baustelle draußen. Houdini. Houdini. Houdini, komm zum Frauchen. Komm, Schützelein. Houdini. Houdini. Houdini, komm zum Frauchen. Komm mal raus, Junge. Passiert nichts. Nein. Houdini, passiert nichts. Ganz ehrlich. Wenn der Houdini nicht kommt, dann möchte ich gerne kommen. Ich bin der Finne, ne? Ja. Hab dich aber noch nicht gerufen, mein Schützelein. Guck mal. Houdini. Houdini, komm zum Frauchen. Houdini, komm zum Frauchen. Houdini! Houdini, komm zum Frauchen. Houdini, komm zum Frauchen. Houdini, komm zum Frauchen. Ist doch der Alfred und Peter schon was gehabt, mein Bärchen. Rahm. Ja. Ist der Alfred und Peter schon was gehabt, mein Bärchen. Bin ich mir unheimlich sicher? Es ist ja sowohl mit Alfred als auch mit dem Jacob. Wolfgang. Ja, bin ich mir sehr sicher. Ist der bester Kumpel von Alfred. Komm, geh spielen. Alfred. Alfred, geh spielen. Alfred, wie der Frau ins Arm spielt. Das hast du mitverstanden. Komm. Fein. Good birdie. Houdini, komm zum Frauchen. Komm schnell so lang. Houdini, komm zum Frauchen. Houdini, komm zum Frauchen. Houdini, leckerchen. Houdini, good birdie. Hier. Frauchen beschützt dich vor dem bösen, bösen Transporttaschen. Transporttaschen können dir nichts tun, mein Kleiner. Nein, nein, nein. Nicht solange du beim Frauchen aus dem Kinder bist. Guck mal, der Galipus hat da gar keinen Respekt vor. Der Galipus hat da überhaupt keinen Respekt vor, vor der Transporttasche. Good birdie, Houdini. Fein. Ciao. So liegt da auch noch nicht dran, ne? Guck mal, da liegt der gleiche grüne Boden drin, wie wir euch in der Voliere. Aha. Guck mal. Und der Galipus, der liegt da mal eben gerade oben drauf, ne? Mhm. Der Galipus liegt da mal gerade oben drauf. Und jetzt ist hier auch mal angesagt, dass hier ein Klettergarten fließt. Guck mal, hier ist der Leofil das erste Mal auf dem Klettergarten hoch drauf. Ne? Genau. Ihr müsst einfach nur überlegen, die Transporttasche zu zerstören. Houdini, Leckerchen. Houdini, good birdie, ne? Guck mal. Guck mal, da oben ist der gar nichts. Hm? Ja. Schätzelein, solange du nicht vernünftig abgesetzt bist, kommt Finninidon raus. Houdini, komm zum Frauchen. Komm, Schätzchen. Na komm, Schätzchen, komm. Houdini, komm. Fein, guck mal. Houdini, komm zum Frauchen. Leckerchen, Houdini. Wir gehen noch einmal ganz kurz zu der gar nicht bösen Tasse. Gut Bödi, hier schau, da ist eine Steine drin. Hier, da ist eine Sitzstelle drin und der gleiche Boden wie in der Voliere, dann war es dann auch schon. Fein gemacht, Finne, nein, Finne, 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 hau ab, hau ab, Finne, nein. Houdini, komm, jetzt kriegst du noch mal ganz kurz was. Finne, ich würde den Houdini hier mal vernünftig absetzen und hau ab hier. So, Fein, so ist gut, hier. Dagi spielen, Houdini. Houdini, wir spielen. Ihr seid eine Bande von Clowns, echt? Garnikus, komm zum Frauchen. Schau, gut gemacht, der Garnikus kommt zum Frauchen, Garnikus Leckerchen, Garnikus Good Birdie. Finne, du nervst. Mein Böckchen, du nervst. Nein, Finne, hau, hau, hau. Abmarsch. Ja, du kommst gleich dran. Gut gemacht. Ja. Finne, nein, Finne, nein. So, Garnikus, komm zum Frauchen, Garnikus Leckerchen, Garnikus Good Birdie, ne? Guck mal, ist gar nicht so schlimm das Ding, oder? Du kennst das ja eigentlich. Leider wolltest du die Mühe, ne? Ja, jetzt kommt die Baustelle noch hinzu, ne? Garnikus. Garnikus, komm zum Frauchen, Garnikus Leckerchen, Garnikus Good Birdie, fein, schau. Guck mal, super machst du das. Guck, der Alfred kann auf dem Ding auch umtouren. Das ist interessant. Und du bist auf dem Wettergarten, ne? Ja, hab ich gut gesehen. Garnikus, Garnikus, komm zum Frauchen. Garnikus, komm zum Frauchen. Garnikus, komm zum Frauchen. Garnikus, komm zum Frauchen. Stopp. Fünnchen, schau. Ach, das ist nicht einmal. Ja, fein. Garnikus, komm zum Frauchen. Garnikus, Blöckwürchen, Garnikus, Brüttwürchen. Brüttwürchen, ne? Ja, das ist nicht mehr. Garnikus, komm zum Frauchen. Ja, fein, schau. Garnikus, komm zum Frauchen. Was machst du aber? Ja, was ist fein gemacht? Garnikus, komm zum Frauchen. Garnikus, komm zum Frauchen. Absetzen, alle da hinten. Ja, gut. Garnikus, auf dem Frauchen. Garnikus, komm zum Frauchen, komm. Schau. Fünnchen. Fünnchen, nein. Fünnchen, hau ab. Fünnchen, Fünnchen. Fünnchen. So. Gut, läuft ganz. Ja, gut. Fünnchen. Schau, ja. Utrid kommt zum Frauchen. Utrid leckerchen, udrid good birdie. Utrich gehört auch zu den super mutigen. Naja, okay. Ja, fein. Schau. Utrid leckerchen, udrid good birdie. Fein. Ja, fein. Hm? Ja. Fünnchen. Fünnchen, nein. Ah, Fünnchen. Nervst. Komm, Utritt. Komm. Schau. Weg. Wir legen den Utritt. Good birdie Utritt. Utritt, komm zum Frauchen. Utritt, komm zum Frauchen. Und jetzt so, moah. Was ist jetzt los? Ach, der Garnikus ist weggeflogen. Da muss man natürlich hinfliegen. Utritt, Utritt, komm zum Frauchen. Komm jetzt so lang. Lange aufrufen. Utritt, Utritt, komm zum Frauchen. Wie der Alfred zum Beispiel. Du bist ein einstrengender Vogel. 1,5 Meter Vogel bist du. Nein. Alfred, Finne, nein. Utritt, Utritt. Komm zum Frauchen. Gut. Last but not least. Na komm, Finne. Na so kleine Mertenwege. Finne, komm zum Frauchen. Finne, komm zum Frauchen. Einen Leckerchen, Finne. Good birdie. Ja, fein. Ja, ne? Eben noch Nerven eben halten. Und jetzt schießt in die Buchse, ne? Ja, ja. Na komm, mein Böckchen. Gut birdie. Ja, gut birdie, Finne. Fein machst du das. Ja. Super, Finne. Good birdie. Good birdie. Ja. Lecker, lecker. Wie auch fein. Leckerchen. Good birdie, Finne. Ja. Wer so Nerf von dem möchte ich auch was sehen, ne? Ja, guck mal. Ganz schlimm, ne? Hier. Ganz schlimm, mein Kleiner, ne? So lässt es sich doch aushalten, oder? Hier. Good birdie, Finne. Fein machst du das. Good birdie. Ja. Guck mal, der Finne. Am Ende bist du der Erste, der da drinnen sitzt, ne? Das möchte ich sehen. Hm? Guter Junge. Ja. Fein. Finne kommt zum Trauerchen. Finne leckerchen. Du bist ein feiner Kerl, bist du, ne? Du bist ein ganz feiner Kerl, bist du, ne? Hast du super gemacht. Prima, ne? Kann dir mal spielen. Geh spielen, Finne. Geh spielen, Finne. Geh spielen, Finne. So. Der Untritt ist noch nicht richtig abgesetzt worden, ne? Untritt, komm. So. 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 Absetzen muskulär. Na? Ja. Na, Finne. Aua. Utritt. Utritt. Nein. Der Utritt. Den Utritt wollte ich haben. Hm? Gestern warst du noch der Finne und du warst der Garnitchen. Ich glaube, wir sollten das heute auch so lassen. Nein. Nein. Nein, Finne. Utritt. Utritt. Komm zum Frauchen. Komm. Siehst du. Nein. So. Aua. 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 Und geh spielen. Fein. Gut für dich. Ne? Kannst du das auch, Finne? Du kannst das auch, ne? Ja. Geh spielen, Finne. Geh spielen. Fein. Oh Mann. Training beendet, würde ich sagen. Dann. Von.